So, wir wollen kurz den neuen Orca Unterwasserkleber Pressure Pack vorstellen. Also es ist das gleiche Material, bekannte Material, was wir hier ja schon in den alten Verpackungen, wie das jeder kennt hier, die große Kartusche, die man mit einer Silikonspritze oder sowas bearbeitet oder eben auch die kleine Tube zum Reparieren von Kleinigkeiten. Und jetzt gibt es eben neu diesen Pressure Pack. Der Behälter steht selber unter Druck, da brauche ich nichts mehr machen. Ich kann hier einstellen, wie viel davon rauskommen soll, indem ich den mehr nach links oder rechts drehe. Und dann zieht man die Kappe eben kurz ab. Und jetzt kann ich damit wunderbar dosieren, indem ich einfach hier die Spritze schön runterdrücke und schon kann ich wunderbar mein Material dosieren. Und ich habe auch kein Nachlaufen und nichts mehr, weil eben nur wirklich was rauskommt, solange ich drücke.